Dies ist ein OrCam-Lernprogramm über die Farberkennung mit einem OrCam-Gerät. Vergewissern Sie sich, dass Ihr OrCam-Gerät eingeschaltet und aktiviert ist. Positionieren Sie den farbigen Stoff, Gegenstand oder die farbige Oberfläche auf Augenhöhe etwa 30 cm vor Ihrem Gesicht. Um die besten Ergebnisse zu erzielen, sollte sich die Lichtquelle direkt oberhalb befinden, sodass Sie oder Ihre Hand beim Zeigen keine Schatten werfen. Halten Sie Ihre Hand zur Faust geballt und Ihren Zeigefinger senkrecht nach oben. Bewegen Sie Ihre Hand auf den Gegenstand oder die Oberfläche zu. Die Kamera des OrCam-Geräts sucht Ihre Fingerspitze und Ihren Fingernagel. Wenn Ihre Zeigebewegung erkannt wurde, hören Sie einen doppelten Pfeifton. Nun sagt das Gerät die Farbe an. Orange, brauner Bereich. Graublauer Bereich. Beachten Sie, ist der Artikel mit einem Text bedruckt, wird OrCam den Text lesen, anstatt eine Farbe zu nennen. Falls das Gerät keine Farbe erkennen sollte, hören Sie folgendes. Lehrer Bereich. OrCam-Lernprogramm über die Farberkennung mit einem OrCam-Gerät abgeschlossen. Wir brauchen das und die Farberkennung mit einem Knuckle-Lernprogramm über das対 fordern. IchLES hebt es aber nur familierrose. Wir brauchen den Tag mit einem Antwort dar normalmente alles eingeumiereisumer.